Ich freue mich auf diese Spielballs. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Heute stehen zwei exzellente Spieler im Mittelpunkt. Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben. Das wird ein Fest. So, jetzt wissen wir, wie es Besiktas heute angeht. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Mensa, Hutchinson, Abu Bakar. Ja, guter Pass. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und da sind sie dann. Vielen Dank.